Wenn jemand einer Frau auf der Straße die Tasche wegreißt, dann ist dies Raub, Mindeststrafe ein Jahr. Wenn aber einer die Balkontür aufbohrt, dann ist dies Mindeststrafe sechs Monate. Das passt nicht zusammen und deswegen verlangen wir vom Bundesjustizminister, dass er hier noch einmal in einem Gesetzentwurf nachlegt. Vielen Dank.